So, nächstes Level. Okay, nur noch zwei, dann haben wir das hier geschafft. Himmels Schiffswerft, okay. Sieht mehr wie ein Piratenschiff aus. Ah, das gute Buch. Das brauchen wir für den Lich. Okay, was ist mit dem Sound los? Seltsam. Himmels Schiffwerft, okay. Der Lich ist der nächste Boss. Sobald wir die zwei Level hier auch gemeistert haben. Ist er dran. Und danach, sofern wir Sinn kriegen. Nnamnamnamnamnamnamnam. So. Äh, kommt dann das Waldkönigreich. Es geht vorwärts. So, und jetzt kommt diese wieder gut. Hoffentlich kommen diese Dumtums nicht mehr. Die waren ätzend. Genauso wie die. Wenn nicht noch mehr. Hm. So. Natürlich. So. Hm. Tja. Sind wir jetzt schon auf diesem Schiff? Oder was ist das hier? Noch ein Dock? Keine Ahnung. Hm. Tja. Ach man, ihr hört auf damit. So. Hm. Noch Gedanken war nix. Hätte ein Geheimnis sein können. Und wir sind auf diesem Schiff, wie's aussieht. Ein seltsames noch dazu. Schnauze. Hm. Ach, der Toots. Der wartet da. An jeder Ecke lauert der Toots. Mieser Sack. Aber nicht mit mir. Boah. Hehehe. Hehehe. Na? Nö, macht er nicht. So. Hm. Blöde Falle. Hm. Hm. So. Okay. Ist hier irgendwas versteckt? Hm. Will überhaupt nix. Tja. So. Wegtreten bitte. Danke. Tschüss. Hm. So. So. So, was haben wir hier? Aha. Schätze. Schön. So lobe ich mir das. Bis jetzt ist dieses Level ganz okay. Ich kann ja nicht genau sagen, was mich bei den anderen Levels gestört hat. Es war einfach unsympathisch. So. Na ja. Das ist vergangen halt bis auf die andere Sache mit das Scheiß-Coin-Mini-Spiel. Ach, das wird ätzend. Kurzer Prozess. Kurzer Prozess. Nam 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 nam. Schön. Jetzt wird nur noch ein Bobben vernichtet und dann ist alles gut. Lassen Sie die Juwelen nicht an dir vorbeigehen. Was für... Was? Juwelen. No. Okay, die habe ich erwischt. Puh. Glück gehabt. Was denn da zu Juwelen? Okay. So sehen die halt so aus. Interessant. Hm. So. Hm. Ach ja, der Feind ist ja noch geschrumpft. Stimmt. Oh, Mann. Äh. Geht jetzt mal auf. Danke. Auf, weg, was auch immer. Mann, ich hasse diese Typen da im Hintergrund. Es sind so ätzend. Dankeschön. Hm. Hätte sein können. Ist es aber nicht. Mwam, mwam, mwam. Okay, jetzt reicht es mir. Jetzt komme ich zu euch. Na, wartet. Jetzt kommt der... Vergeltung. Blauer Ritter. Das kann ich auch noch. Wir fähren nicht sein. Hm. So. Schnauze. Oh, endlich Ruhe. Natürlich schon der nächste Schnauze, Mann. Hm. Ich rege mich da bei denen zu sehr auf. Lass mich halt leicht mitreissen. Na ja. Mhm. Da sieht es so aus, als würde es aufgehen. So. Da ist vielleicht der Schalter. Okay, jetzt ist es was anderes. Hm. Tja. Oh, eine Kanone. Was haben wir hier? Halt. Nein. 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 Bitte sag, ich kann wieder zurück. Ich will zurück. Scheisse. Ich will zurück. Ich will zurück. Nein. Fuck. Fuck. Hm. Okay, die schiessen jetzt. Oh, so ein Rot. Verdammt. Manchmal ist die Kamera hier echt beschissen doof. Wenn man nicht sieht, was vor einem ist. Oh, so ein Rot. Hallo. So. Manchmal lässt er sich von den Feinden abbremsen. Warum machst du das? Du hast das nicht nötig. Ich hoffe, ich komme mir noch zurück, aber ich bezweifle es. Scheisse. Da war bestimmt noch einiges. Eine Feder, okay. Hm. So. Ach. Daneben. Oh, ist ja beeindruckend. Schon wieder daneben. Hallo, ich bin da drüben. Bist du blind? Hm. So, nimm das. Ja, schon mal in die richtige Richtung. Aber zu spät. So. Tja. Das waren die und wir haben die Kristalle. Gut. Oh. Hm. So. Oh, oh. Feuermagie. Macht überhaupt nichts. Okay, die Falle ist zerstört. Autsch. Der greift manchmal so seltsam an. Ach komm, du bist tot. Schön sie zu sein. Junkie-Junk. Und die Falle sind aktiv auch. Warum kann es nicht zerstört bleiben? Nase juckt. Ach. So. Schnauze. Hm. Tü-tü-tü-tü-tü-m. So. Schön. Geh an dich am Bob, bevor du den Schatz nicht gefunden hast. Ja. Ein paar Schätze habe ich schon verpasst. Leider. So. Da war der. Okay. Den nächsten zwei. Bist du der Schatz? Nö. Ach, Feuerhau. Okay. Hm. Was für ein Schatz. Hä? Wo soll hier ein Schatz sein? Hm. Oder ist mit der Schatz die Goldfeder gemeint? Moment. Das ist hier drüben. Ach so. Moment. Hab ich da irgendwas verpasst? Nur damit ich Bescheid weiss. Ich glaube, dass es diese Seite ist. Schlüssel. Nur das. Hm. Egal. Schätze, wir haben den Schatz. Was auch immer das ist. So. 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 Und das hier mit den. Alle Kristalle einsammeln und so. Was ich gesagt habe zu Beginn. Oder somit ja widerrufen. Logischerweise schon lange. Ich habe echt gedacht, dass es so wäre. Tja. Da habe ich mich falsch erinnert. Oh, das war mir bis heute nicht bewusst. Naja. Wo ist denn hier eigentlich das gute Buch? Das darf nicht vergessen werden. So. Schnauze. Okay. So. Natürlich. Oh, die Giftpiraten. Da ist ein einsamer Schalter. Was soll denn das? Hm. Okay. So. Hä, hä, hä. Da drüben. Gewesen. Okay. Hm. So. Da ist das Buch. Okay, jetzt müssen wir es nur noch aufbekommen. Du musst erst den Ausgang erreichen. Oh Mann, dann das Schutzbuch. Ne, das ist das gute Buch. Nicht das Schutzbuch. Hm. Okay, hier, wo das jetzt falsch übersetzt. Seltsam. Hm. So. Hm. Hm. So. Okay. Kein Geheimnis. Giftfässer, okay. Was haben wir hier? Aha. Schön. So, vorsichtig. Gut. Jetzt nicht mehr vorsichtig. Nehmt das. So, ach, es geht noch weiter. Natürlich. Wo ist der Spawner? So viele Schnauze. So, gut. Schatz, Bombe. Da haben wir das. Okay, da unten. War da doch ein Geheimnis? Hm. Okay. Natürlich. Das muss ja alle 10 Sekunden kommen. Sonst wäre es nicht mein Let's Play. Geht es jetzt nach oben? Ach. Ach. Autsch. So, nimm das. Du nervst. Was bist du überhaupt? Keine Ahnung. Magie, die keiner braucht. Toll. Okay. Okay, das gute Buch hätten wir. Nein, es ist das gute Buch. Blöder Übersetzungsfehler. Verwende dieses heilige Buch, um Lich zu besiegen. Okay. Machen wir das. Nach dem nächsten Level. Huch. Tü, 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 tü. Da bin ich gespannt. Der hat mich damals übelst verprügelt. Der blöde Lich. Blauer Ritter hat eine Ebene dazubekommen. Schön. Immer weiter. So. Tü, 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 tü. Hm. Hm, okay. Nur noch sechs. Und theoretisch könnten wir die auch noch farmen. Falls eins fehlt. Oder zwei. Oder drei. Naja. Hm.